In dieser kurzen Präsentation möchte ich Ihnen aufzeigen, wie man heute Dokumente intelligent aufbereiten kann für den Einsatz in crossmedialen Kanälen. Einleitend ist zu sagen, seit vielen Jahren verfügen wir über funktionierendes ICC-Farbenmanagement. Wenn man aber mit Grafikern und Dokumentenerzeugern spricht, so kommt einstimmig das Urteil, dass in den Programmen und in der Bedienung dies zu kompliziert sein. Obendrein ist noch erschwerend, dass das Ausgabeziel nicht immer bekannt ist. Also die Frage stellt sich, wie soll man heutzutage Daten aufbereiten für den Einsatz in diesen Crossmedia Channels? Gehen wir einmal zurück und schauen, wie bisher gearbeitet wurde. Man hatte bei Vektordateien unzählige Farbsysteme, mit denen für den Zweifarbendruck die Schmuckfarben ausgesucht wurden und dann auf Ausgaben, auf Printausgaben dementsprechend zweifarbig gedruckt wurden. Zudem haben wir Pixeldateien, also Bilddateien. Diese wurden ebenfalls in CMYK umgewandelt für das spezifische Ausgabeziel. Schaut man sich heute das Umfeld an, so müssen wir in einer Vorstufe Daten aufbereiten für crossmediale Ausgaben. Wir haben zum einen die Druckerei, herkömmlich wie vorhin aufgezeigt. Dann haben wir Präsentationen oder digitale Medien, Web, Beamer, Tablets und Smartphones. Wir haben die Werbetechnik, da haben wir Autobeschriftungen und Leuchtreklamen und so weiter. Und wir haben den Office- oder Digitaldruckbereich. Und gerade bei diesen Office-Ausgaben, bei diesen Kopiersystemen, die in vielen Industriebetrieben heute als Zielausgabe eingesetzt werden, da kann ich mit solchen CMYK-Daten nicht wirklich eine saubere Ausgabe gewährleisten. Also wie soll ich heute Daten crossmedial aufbereiten? Die Weichen der Dokumentenaufbereitung werden ganz zu Beginn bei der Kundenberatung gestellt. Die Fragen, welche hier wichtig an den Kunden zu stellen sind, soll ein Dokument verfahrensangepasst, also für eine bestimmte Ausgabe aufbereitet werden, oder sollen Daten crossmedial für den Einsatz in unterschiedlichen Ausgabezielen aufbereitet werden? Anhand dieser Fragestellung kann die Weiche gestellt werden, wie in der Produktion Dokumente aufbereitet werden müssen. In der Zeit der Digitalisierung ist der Offset-Druck lange nicht mehr das einzige Ziel für eine Druckvorstufe und die Daten müssen oft in solchen crossmedialen Umfeldern ausgegeben werden können. Intelligente Grafik- und Bildaufbereitung machen diese Prozesse heute möglich, sicherer und effizienter. Aber alte Verfahrensweisen müssen überdacht und für neue Wege umgesetzt werden. Es gibt heute Hilfsmittel zur Steigerung der Farbsicherheit in einem crossmedialen Umfeld. Im Rahmen der Deanspec 16699 haben wir vom Freie Farbe e.V. einen HLC-Coloratlas, einen gedruckten, entwickelt und dazugehörig eine PDF-Version mit Layers von verschiedenen Ausgabegamuts. Wir haben hier rechts im Bild einmal drei solcher Ausgabegamuts zueinander verglichen und Sie sehen den Epson, den sRGB-Ausgabe-Farbraum und den PSO Coated V3. Ebenfalls in der Layer-Version ist auch PSO Uncoated enthalten. Wenn ich nun also für all diese drei Ausgaben eine Farbe bestimmen möchte, dann sollte ich die Schnittmenge zwischen all diesen drei Ausgabe-Farbräumen wählen, damit ich sicher sein kann, diese Farbe auch überall zu erreichen. Um eine Farbe auch in anderen Anwendungen, wie hier zum Beispiel in Office-Produkten, in FileMaker oder in Web-Applikationen eingeben zu können, brauchen wir berechenbare Computerfarbwerte. Links abgebildet sehen Sie einen HLC-Color-Farbfächer von DTP Studio Oldenburg, welcher Angaben beinhaltet über andere Farbräume und andere Farbsysteme. So kann ich applikationsunabhängig eine Farbe, welche in LAB oder sRGB angegeben ist, auch in diversen Applikationen sicher eingeben. Rechts im Bild sehen Sie den gedruckten HLC-Color Atlas XL, welcher auf einem Epson-System ausgedruckt wurde und mit 13.000 sehr exakt abgebildeten Farben als Referenzmuster dient. Wie vorhin gezeigt, dazugehörig die PDF-Layer-Version, wo man dann die unterschiedlichen Gamuts der Ausgabe-Farbräume zueinander vergleichen kann. Sie können dieses Produkt bestellen bei der Firma Proof.de. Die PDF-Layer-Version können Sie auf unserer Webseite jetzt kostenlos unter der Creative Commons Lizenz herunterladen. Ein crossmediales Farben-Corporate-Design sollte in diesen Farbsystemen oder Farbräumen vorliegen. Dabei ist wichtig zu sagen, bei RGB und CMYK ist unbedingt darauf zu achten, dass die Angabe des Farbprofils mit den Werten dazu genannt wird. Ebenfalls ein wunderbares Hilfsmittel für crossmedialen Einsatz von Farbe ist der digitale Farbatlas von DTP-Studie Oldenburg. Hier sind über 300 Farbsysteme integriert und via LAB- oder HLC-Werte lassen sich diese zum Beispiel in Werbetechnik, Folien, HKS und so weiter umrechnen. Es werden dann die drei am nächsten liegenden Farben aus diesen Systemen herausgesucht und man kann die in einem Corporate-Design erwähnen. Crossmediale Aufbereitung von Layouts ist also möglich und keine Fiktion mehr. Anhand von diesem Dokument möchte ich Ihnen einmal aufzeigen, wie ein PDF crossmedial aufbereitet daherkommen kann. Wenn wir mal schauen, was hier alles RGB ist, so sieht man, alle Pixeldaten sind in RGB. Was ist noch CMYK? Der reine Schwarzkanal. Hier sieht man noch einen Fehler von Acrobat, da sollte nur die Kontur schwarz gezeigt werden bei diesen Logos. Wenn ich die Volltonfarben sehen möchte, da sehen Sie, diese sind alle definiert als reine Schmuck- oder Volltonfarben. Gemeinsam mit der Firma Meiertaler Assembly verfolgt Pre2Media den Gedanken von PDF-A für ein crossmediales Dateiarchiv, welches einer Isonom entspricht und auch Volltonfarben beinhalten kann. Diese sind dann einfach aufzubereiten für den Druck, auch in ferner Zukunft. Die Vorteile einer solchen Dokumentenaufbereitung liegen auf der Hand. Ich möchte Ihnen hier einmal die wesentlichen vor Augen führen. Das sind Zeiteinsparungen und ein hohes Mass an Farbsicherheit. Das Farbmanagement wird einfach. Es gibt eine einmalige Dokumentenaufbereitung von Bildern und Grafiken. Das Erstellen von PDFs wird einfacher. Die Dateien können für verschiedene Ausgaben und verschiedene Programme eingesetzt werden. Es braucht keine neuen teuren Workflows und Geräteparks. Und ganz, ganz wichtig, die Umstellung auf neue Normen, wie wir sie jetzt hatten, von ISO Code to V2 auf PSO Code to V3, ist viel einfacher zu bewältigen. Es braucht jedoch die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Diese Gedanken haben wir bei Freie Farbe aufgenommen und möchten Sie gewinnen als Unterstützer, Förderer und Mitarbeiter, damit wir weiterhin für Sie crossmediale Hilfsmittel erarbeiten können. Filme, wie man Dokumente crossmedial erstellt, finden Sie auf www.com2publish.ch oder besuchen Sie den Kurs Crossmediale Datenaufbereitung bei Pre2Media. www.com2publish.com www.com2publish.com